Was Angelique und Céline hier essen, sieht aus, klar, wie ganz normale Spaghetti Bolognese. Das ist es auch, aber irgendwie auch nicht. Denn das Gericht, was die beiden Mädels vor sich stehen haben, wurde nicht frisch gekocht. Zumindest nicht direkt hier in der Mensa der Gesamtschule Essenstraße. Wenn sie selbst kochen, haben sie immer das Problem, dass sie ganz viele Sachen gleichzeitig fertig kriegen müssen. Und das kriegen die wenigsten Schulmensen, die frisch kochen, vor allen Dingen, wenn keine professionellen Kräfte da sind, hin. Sie kochen das Gemüse fertig und kriegen aber nicht gleichzeitig auch das Fleisch fertig. Und im Endeffekt haben sie verschiedene Produkte, die halt zu lange warm gehalten werden. Und dabei gehen viele wichtige Nährstoffe verloren. Das will man in der Mensa der Mönchengladbacher Gesamtschule Essenstraße auf jeden Fall verhindern. Die Schüler sollen jeden Tag gesundes Essen auf den Tisch bekommen. Erreichen will die Schule das durch das Tiefkühlsystem Cook & Freeze. Dabei kocht ein Lieferant von außerhalb die Menüs zu 70 Prozent vor, friert sie ein und bringt sie zur Schulmensa. Dort werden sie wieder aufgewärmt. Das heißt, sie brauchen hier keine Fachkräfte. Sie brauchen keine große, gut ausgestattete Küche. Sondern sie können mit relativ einfachen Mitteln vom Personal her und auch von den Geräten her sehr gute Qualität produzieren. Und laut Prof. Dr. Peinelt hat nicht nur das gelieferte Essen der Gesamtschule Espenstraße hervorragende Qualität, sondern auch die Mensa im Allgemeinen. So stimme beispielsweise die Hygiene, die Schüler seien zufrieden und auch die Zeiten, in denen das Essen nach dem Aufwärmen bis zur Ausgabe warm gehalten wird, seien nicht zu lang. Für die besonders gute Qualität des Essensangebotes bekam die Mensa der Gesamtschule jetzt ein Zertifikat verliehen. Von der Hochschule Niederrhein und dem TÜV Rheinland. Ich bin stolz vor allen Dingen, weil wir sagen können, dass wir die erste Schule sind, die nicht nur sagt, wir haben gesundes Essen, sondern die es auch beweisen kann nach einer ernsthaften Prüfung. Superklasse. Richtig aufregend. Aber egal ob Mensa mit oder Mensa ohne Zertifikat, Angelique und Celine sind mit ihrem Schulessen zufrieden. Also ich finde das Essen schmeckt total gut. Also es schmeckt eigentlich, als hätte man das zu Hause gemacht.